Also hey Leute, willkommen bei Games.iCinema und da die besten deutschen Spiele, Razer und Craze. Ja, hast du schon gestartet? Ja. Ja, ich könnte auch lauter reden. Oh, mein Schwuchte. Hallihanna. Hallihanna. Die muss, die muss jetzt wieder sein. Halt die Blöde. Oh, ey, werd nicht verkackt, Urs. Ey, wie findet ihr diese Map Dröne, Alter? So wunderschön, diese Map, ne? Oh. Ich auch. So, mal gucken, wie die Karte ist. Oh mein Gott. Honeyballer-Poder. Oh mein Gott. Ich nehm schon 42 Sekunden auf. 1,2,4er. 1,3,9er. 1,2,7er. Ey, ey. 1,2,4er. Ich will jetzt nicht angeben, ich zeig jetzt euch meinen Akadema. Oh, wunderschöne. Was? Ich hätte 1,7er,1, Mann! Siehs, roter Kerl. Jetzt, jetzt hier der beste deutsche Spieler, Razer. Oh, das ist der schlechteste denn hier. Oh, 2,6. Oh, ne, der Timo ist der schlechteste denn unsere. Guck mal, guck mal, was er für das Ding Stier hat, Alter. Dafür hab ich auch die meisten Kills von euch. Hier seine Lieblingswaffe, Friedenstöpsel. Aber Timo ungefähr, wo du meine Kills hattest du auch nicht die. Warte hier. Da hatte ich, da hatte ich ne 1,7er. 1,7,1er sagt er. Oh, dann ist jetzt der Painter gegen... Was? Ja, Hauptsache es fängt mit... Warte, ich kann... Ja. Ja, quittet doch alle, Mann, ey. Jetzt weißt, was der Sascha meint mit Scheißelabern. Wieso mit Scheißelabern? Ja, das mach ich auch immer beim Live-Kommentary. Merkt ihr doch? Stand-Off ist gut. Ja, Mann, Stand-Off. Ja, Stand-Off. Ja, Stand-Off. Wie genauso Carrier. 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 Junge. Fick deine Oma. Ey, yo. Rage, oh. Motherfucker. Ey, yo. Ey, ich... Komm, wir machen das jetzt so. Wir dürfen so lange, bis ich jetzt hier aufnehme, kein Rage-Crit machen. Ha, hässl! Du, 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 du! Wir gehen die jetzt raus. Raze als der Rage-Critter. Razing-Boy. Razing-Boy. Ey, ihr und wären weiterhundert. Die Schule flauen, komm ich und ficke deine Mutter. Du und Sohn! Hassan angesagt! vlogs. Roni-Bolla... Oh, mein Gott! Ich heiße Egías ein��knter. Spiel mit der MS-MC! Oh, so geht's schon los, scheiße! 0 Nein, 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 warte, warte. Eins, zwei, drei. Scheiß Wolf, Alter, verpiss dich von meinem Garten. Ja, Mann. Oh, mein Gott, verpiss dich doch mit der C4, Alter. An dem Reißwolf. 2014 hat er einen Clan-Check, Alter, ohne Witzmann. 2000 Fäder, hinten, der Winti-Welt. Oh, mein Gott, Mann, Alter. Wie nennen die Maja eine hübsche Frau? Biene Maja. Ey, die chillen da zu viel drin, Mann. Ich hab Angst. Kommst im Stich. Ja, ich auch nicht. Ey, die chillen da ganz schön drin, Alter. Ich hab Angst, ich geh da nicht rein. Da sind Wehrwölfe drin. Ein, sieben, fünf. Okay. Hat vollgebracht. Ach, hier, wie der Camp, Mann. Ey, 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 ruhig, bewahren hier ruhig Blut. Wir sind hier nicht im Waisenhaus. Nein! Ey, du hüpfst rum wie so ein Hyperkirchen, Alter. Da hinten ist Nasslack. Okay. Da rein. Hoffentlich, Nasslack. Alter, der Typ ist so hässlich, ne? Ey, was aufmacher Nasslack? Sag mal, was du deiner Persönlichkeit... Ich bin schwarz. Ich bin schwarz, Mann. Ich bin schwarz, Mann. Ja, Mann. Ich bin kein Rassist. Kein Stopp. Wann hatten die erstes Mal mit einem Muzzle? Äh. Ja, eben gerade, wo mein Vater reinkam. Äh, ah, ne. Schei... War das ne falsche Frage? Ohhh. H eigenlijk, vergang' grad, wo ist der? Ey, gibst zu! Oh, da tick's der weg... Ja weil du grad an deinen Vater denkst. Äh... na... Du, ey, die tu' ich gar nicht mal. Halt die Fresse hier, ey. Mach' der auch so, ne? Äh, tu' ich gar nicht mal. Du kriegst an deine Mutter. War der nicht? Ahhohohohohohohoho! Der zieht irgendwie nicht. Der zieht nicht, man. Der zieht überhaupt nicht, Mann. Mein Geug zieht! Da zieht schon an mir vorbei, irgendwie. das leckerste aufzumachen jetzt gleich mal rrrrrr der will nicht stehen sagt der jetzt geht nicht wie der Timo ans Schliff ahahahahaha ahahahahaha oh mein Gott ne so ey der Spawns hinter mir was ist ein ähm uhrensohn sagt er ich gehe wage quitten äh nein was sagt der Dieter Bohlen dachte ich kriege halt gar nix äh habt ihr gewusst dass Dieter Bohlen Black Ops zockt haha Dieter Bohlen Black Ops ist wirklich so alter gehts echt? ja ja wieso er hatte auch eine schwarze Mitsänger oder nicht haha oh ich bin kackiert richtig man oh alte geile Perspektive ey Däger oah du Hurensohn ey das macht uns alle nur mit Strohflin ich werde nur mit Strohflin ich werde nur mit Strohflin ich kriege voll zickst oah man jetzt kriege jetzt ruft er seine Mutter wieder an hehehe ich hole gleich meinen Vater hehehe hehehe ooohh dann gibt's wieder Gay Action oah ja auch wieder Gay ach du warst weg was hat deine Mutter gesagt ich soll nicht mehr so laufen dann sag ich doch du war ähm meine Mami auf dem Papier gehen wird gleich schlafen alter es war aber ein kurzer Quickie oder? ja man einmal rein raus dann fertig man aber hintermach Quickies wenn jetzt fehlt dann ne mit mein Hofer weißt naja man mhm 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 eh mhm 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 also wenn ich dich sehe theoretisch ne ey alter ich hab schon wieder ein vom Blitzschlagmann ich hab so ein Gefühl das hinter mir sogar gar nicht ne Der springt bestimmt gleich so wie so Oh 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 Mach Go rein Ich mach grad meine 0,4er Kali stolz Also ich glaub ich hab keine Muni mehr Camp jetzt Nein Haha Egal, ich hab Orbi, ne, würd ich sagen Oh man, KD ist wieder geslung Oh du Wichser, genau dann geh ich raus Immer dran Egal, Mann 2-0-5, Mann Ey, Alter, wie soll ein Brau denn hinter mir? Oh, ich hab Loads da Genau dann geh ich raus, Alter, richtig geil Du bist auch braun, fängig Oh, Timo, ich seh grad die Tür in meiner, ähm Meine Vitrine 56 Er darwarte Tino, die Kopter 4, Orbital sièien für den QuadrantDer Oh, W Advent, Ami Wer hat das denn vor diesem EGCけど Oh, oh, oh,aupt! nicht gekonnt mit schlacken ob die Teilhauter noch ich habe getan die Regen noch bei sich damit haben die Spiele und so kannst du fragen genau an den Tag der Traktor Obo und so auf um die Füße zu schrägern oder 0 die Leipzig nicht mal dort und man fragt man die Zuschauer werden auch pure langweilig Nein, ey, wie, Mann, wann live streamen wir jetzt eigentlich? Ich will das machen. Überhaupt kein A-Mit los, sag ich. Ja, komm, hau los da raus. Er will mich geilen, sagt er. Er ist da sitzen in der Tanko und kauft sich Bier. Maul. Jökle. Sippee. Nach der Runde gehe ich auch, glaube ich. Nein. Nein, dann haben wir zwei. Komm, Alter. Nach Nachmachmull einspielen haben wir auch 22. 23.50. Ihr Gei hätt nicht sagt, ey. Nee, macht's auch noch. Und ich hab ihn's nicht mehr erlaubt. Hey, okay, Joe. Oh mein Gott, ey. Ihr macht die großen Witze. Ja, ich reiß zur Zeit alles, weißt du? Mein Schwanz. Ich reiß mein Schwanz. Reiß diesen Swalek raus. Oh, J. Joe. Ey, Alter, ich hab echt keinen Bock mehr, Mann. Ich glaub, du hast nen Krampf. Wo muss das Hauptquartier jetzt hier sein? Ja, Mann, aber der war geil. Fuck, Mann. Ich bin schon wieder ein vor Ridschlag. Ich hab gleich wieder Orbi. So ging. Was? Ey, Junge, was ist los mit dir heute? Keine Ahnung. Meine Mutter ist AFK. Voll. Du bist schlecht. Ey, guck mal, jetzt fletzt ihn mich... Mann, Mann. Du hast was n' Krampf, Alter. Der war nicht, ne? Nein, der ist wieder vorbeigeflogen. hey warum bin ich erst denn ja mann albert hesse wir hätten uns aber offline stellen müssen weil diese andere typisch möchte jetzt den namen nicht sagen weil meine fanbase ihn sonst goldfeil er könnte theoretisch nachschauen und er hätte gesehen das ding ist er ist doch gar nicht online der zeugt doch gar nicht klar ich meine nur nach vorn oder so guck dir diesen schmacken an guck mal was er für eine fette musch hier hat gott ey ja manche aber wie ist alle mit schrothflied zu spielen weil sie nicht die marken kreieren der goldfeil zockt übrigens xbox 360 steuerung voller geile spiel hier hat sich auch die männer ist voll aufregend alter kommen mit pokémon zu tippen und mann und wieder voll lust auf pokémon meine mutter spielt nein da kommt so ein anderer homo denkt ihr wer ist islam ich bin die erste 1910 alter ich habe es durch eine richtige ich mach mir jetzt nur ein facebook und krieg gleich 8 tokens hierbei alter bei 2 ja weil ich muss so jetzt fan werden von samsung mobile werden und jetzt fan werden von samsung.de und dann kriege ich um für jeweils 8 ach jeweils 4 tokens das sieht so auch echt aus mann und wachsig macht er sich einen neuen facebook account wegen den token alter einfach so wegen den token wo Digga mann kämpf doch nicht kämpf nicht top 11 um ach so irgendwie so hässliches mong-fußballspiel ne habe ich anfände er saugt gerade meine KD ey guck der kommt in den Raum reingestürmt wie so ein dreckiger Scheiß ehh mann wie so ein dreckiger Scheiß ich wollte jetzt nicht sagen ey lass das eh mal machen wenn der Peter so ein Livestream macht sagen wir uns macht das so 2000 Abonnenten und gucken den so sagen wir uns mal so 100 Stück gucken den zu und lass das so einen Judenwitz und irgendwas machen ja nachher krieg ich so eine fette Anzeige drauf oder was weil er so ein so ein so ein Dürmer so ein Zugriff hat ich hab mich nicht ich bin ein Rassist ist so ne letztes Mal Alter was hat ihn daran und da noch für Scheiße gelabert na da hast du so ein Judenverpflegung nur wenn diese Juden mit aufhörte ist so ne tut du denn so, das finde ich scheiße Alter der macht ein Schwibbel mit seiner Scheiße Hunter Keller die in den Raum fliegt Alter weil jetzt seh ich mir mal eins fahren soll kennst meine Mutter ich hab dich gestern getroffen ich hab dich gestern getroffen aber wieso, wieso ne Fraxe aber wieso ne Fraxe aber wieso ne Fraxe aber wieso ne Fraxe aber wieso ne Fraxe ey alter mann ja bei meiner Mutter ja bei meiner Mutter gerne na egal ähm ja ja ich kann ja 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 ich bin ich ey Grace was wird dir los wir nehmen grad mal 15 Minuten auf ey ach nimm schon auf ja hab ich das für ein echt so richtig gehört man die EU doch schon gebraucht mit auch wenn man auch so rufen vor Ort weiter auch mal aus dem Aufruf und Säder ist zum Beispiel morgen auf YouTube es tut mir echt leid man ja keine Runde bin ich nur dabei man ja okay lass drinnen bleiben ein bisschen rausgegangen oder nicht mehr nein bin ich nicht bin drinnen nein bin ich nicht ich hab gefragt ob ich Hallis hab ich hab was Hallis oh Halli ja das kannst du nicht machen das schneide ich raus da war ich so ein bisschen Ton will ich auch machen da war es echt unnötig der war echt unnötig raushalte 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 er kann ich wieder raushneiden eeeh eeeh geh mal raus ich hab keinen bock auf so ne Zahnarzt Map zahnarzt Fluchtt aber einfache mal so rauskriegen so ein eiferes da hast du viel zu schneiden JAAA Fick dich Hör auf das zu sagen, ich hab kein Problem, dass das ganze Zeit nicht mehr ist. Komm, helst uns einmal, weil es noch so schön war. Ey, ich schneid aber nur dieses, ich schneid aber nur dieses, ey, ich mach das aber so, hi, piep. Ja? Ja, ja. Ja? Nein, ich will ja eigentlich nur lachen. Schneid halt auch noch raus, weil ich jetzt was gesagt habe. Nee, ich schreibe doch, ich schreibe in der Beschreibung, Razer möchte gerne Nachrichten haben. Ja, Mann. Soll ich reichen? Äh, reißen? Hab ich voll Bock, Alter. Hol ich meine Fanbase. Ja, Mann, deine Dreier-Fanbase. Ja, Mann, Dreier-Fanboys. Alles Fanboys. Dreier-Fanboys. Ja, Mann, alles Fanboys, Alter. Du hast ja auch einen Fanboy. Ich mag diese Map nicht. Ach, Shotgun. Ey, der ist drauf, Mann. Ach, was ist drauf, Mann. Ach, was ist drauf, Mann. Ach, was ist drauf, Mann. Hm, hm, wir zocken suchen, zerstören. Ja, wir müssen das Ziel erobern und die... Geh ich mal suchen, zerstören, Bombe erobern. Ja, oh, fick dich doch, du zieht keiner, Mann. Ja, ich mach da ganz ähnlich Highraiser rein. Ganz ähnlich. Oh, hab ich gar nicht gesehen, feuchte Gammle. So, was du grad Heil gesagt hab, wenn ich scheiße von dir, Alter. Scheißnau, Alter. Das pibisch dir. Ja, ist so, Alter. Wie die da alle versuchen, hochzukommen? Ja, Opfer. Ich trau mich irgendwie nicht... Ah, nein! Bling, bling, cash, Gras, Rufi, Ubi, Sex, doch im Endeffekt bringt euch nichts. Weil die behindert sind. Die müssen doch geil sein. Star, wie wir beide. Und bei allen. Und ein paar haben swag, bling, bling, cash. Ja, wo ist denn der Gip? Nee, oben war eine, ich hab ihn aber getötet. Da ist noch eine oben. Ey, helf mir mal. Nein, ey! Wieso, du hast dich grad ein Spiel gesehen? Ja, wollt ihr mich verarschen, Mann? Mann. Du hast den Hesse jetzt die ganze Zeit hinterher. Komm her, Hesse. Sagst du? Sagst du, ich hab mit Piste gespielt? Sagst du, ich hab mit Piste gespielt? Komm, block mich, Hesse. Baa! Mann, geht. Mann, geht. Oh mein Gott! Nee! Doch. Ich hab die Mutter gehört. Was? Ich war... Ich war drei vor Obi. Ich hab Fallschmerzen, Alter. Ich darf nicht schreien. Ich hab Angst. Sonst kommt der Vater wieder rein und dann gibt's Geld. Der war ja schon drin, ne? Der war gut. Das war jetzt auch kein Witz. Das war jetzt auch kein Witz. Ey, der Dragonfly ist so dumm, ne? Der den grad steuert, ne? Ganz ehrlich, anstatt der ins Hauquartier fliegt. Nein, der fliegt oben drüber. Ja, komm, Alter. Nimm jetzt mal die Scheiße rein. Oh, nee, Alter. Oh, PC. Oh, eine Quartier-Taste. Was? Oh, das ist die größte Fehl des Abends, Alter. Alter, ihr müsst euch reinziehen. Drohne und Geschütz, Alter. Ey, wisst ihr schon mal türkische Ratte ist? Was ist das jetzt? Nein, du sagst es nicht. Nein, du sagst es nicht. Alter, ich weiß schon, wie ich das Video lenne, das Geschütz, Alter. Nein, man, der muss eine Montage daraus machen, Alter. Nein, der soll nur so ein bisschen zusammenschneiden wie ich in Hesse einfach lachen, Alter. Du willst jetzt eigentlich, was türkische Rache trafen? Nein! Ich bin dein troop administrator-Türkisch Rache scariertyounger, als wenn ein Türke einen anderen türken, ähm, schiebt. Thür2, der Käse, bin der Nä. Der Hässl, der Hässl hat so, hat so Schwingungen in seinen Lachen, Alter. weil er geht von hoch runter du hörst dich so wie ein hässliches Schaf an oh, alter ja geil Leute, ich geh auch rein nein, hä, wir sind doch nur zu Ende, ich hab gleich auch, wie du ich bin doch schon längst draußen äh, du hast doch deine Oma überall ich bin ungefähr seit 5 Minuten draußen ja egal, haut da rein bis morgen bis dann bis dann, dann nein, ne, fisch dich nein mein aim, ne ich hasse Drohne, ich kann nicht so geh weg die verbündete Drohne näher sich ja, hast du? hast du Orbital? ich hab Tarnheli oh, hast du gleich Orbital ich dachte, du hast gleich Orbital nicht, Tarnheli ja ja, da war jemand da ist jemand die ist teuer, hast du das? ich hab grad getötet ja, hierhin ja, Tarnheli kommt da auf Drohne nein, nein ohne Witz meine Fernlehnkleidung hat mich gekillt, Mann deine alter so eine Fernlehnkleidung das war mir so klar, Leute ey das war mir so klar, Leute das war mir so klar, Leute ey oh man, ey, die ruft immer den perfekten Momenten an ey, man, Kult vom Orbital fehlt mal lauter, ich versteh's nicht ey, Kult vom Scheiß Orbital, also, hörst mich äh, ich bin gestorben, Alter, durch so'n Wendy, Alter ich weiß gar nicht mehr, wieso ich gestorben bin, Alter WTF, Mann fuck, wieso bin ich nochmal gestorben, Alter äh, Fernlehnkleidung? scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wieso ich gestorben äh, ja, Fernlehnkleidung, ja, Mann Alzheimer voll vergessen die Freiheit die 13 zu 5, Alter getätigt der 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 die Ä했습니다 die er bei der des der er suchte ich hab'n Bostel gemacht wir haben wieder den Lappen dritten die Kursverlieter liebte angefangen und es soll eh gleich zählen und rück den Kinn noch und zu doch gottisch vor Ort nur ein Grund ich bin drauf und auch ein Rheinland und wenn man ohne Witz geht es sich geben in der Schauspieler mit Ja, wird schön noch, bis die Runde zu Ende ist. Ey, der hat mir mit der KSG in die Fresse gerotzt, Alter. Ja, ich hab grad Windschlag, weißt du? Mach dir so lange Hardscoke selber, wie ich hab meist. Ja, aber mir hat, ey, aber mir hat ungefähr nur 25 Punkte, mir hat ein SS gereicht, von Orbital, und ich hör so Gegner, ach, äh, vor, äh, Tani, wie kommt der meint jetzt? Und ich hör, ich hör nur Gegner, so weit der täuscht, wo der lang läuft. Auf einmal, Bart krieg die voll die KSG in die Fresse wieder. Das ist ja auch GMA Headset, ne? Ja. Was für eins? Kann ich ohne GMA Headset. Äh, ich hab so'n Tretchan, aber... Was? 53 Euro. So'n Tretchan vor 50 Euro. Äh, AX 180 oder so? Keine Ahnung. Jetzt weiß ich nicht. Ist eigentlich hier auf dem Headset, auch auf dem Ding draufstehen, ja. Ich mach mein Handy an. Der Haupt. Der Haupt-Emer tutto. Der Haupt-Emer, der Haupt-Emer, ich bin quasi drauf cówbliche Unter mochter. Das ist hey. ja 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 Baby, don't worry are you my only also bei mir steht nur drauf, dass er made in China ist ja, das glaub ich dir weißt du mal was gut steht echt drauf made in China, scheiße alter mein Gott, dann würde ich mir Gedanken machen mag geil ja man nein, ich glaub, hä, falsches Plastikschiff kommt aus China ja irgendwie gehen die Gammler mich so auf dem Gammel glaub ich dann The shape and design of this product is such a great dress of mad kids ink 2011 in IT no, oh, kein Bock tested of STP standards of harm of office use made in China ja ja Painter, ich verabschiede mich schonmal von deinen Abonnenten ja ja, haut da rein haut rein, die Abonnenten immer schön fleißig deabonnieren deabonnieren hat nie gefallen haut da rein ja man haut da ins ich hab ich hab ich hab ich hab ich bin krankgeschrieben äh denk mal ja wann wann hast wann bist denn du gekommen? ich glaub so 2-3 Uhr ja dann bin ich auch da mit der Abonnenten ja egal, haut rein das ist nicht klar man genau, so ungefähr du dann haut da rund hin ne scheiß nicht Tim ja egal, haut rein Bobby, alter entsprechende feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet ... Das war's für heute. Hey, Junge, Mann, ey, wie lange bleibst du eigentlich hier oben, ey? Obst deine Mutter stirbt, oder was? Los, ey. Ach doch, feindliche Drohnen, erzielt. Oh, mein Gott, ey, ne? Bist du auf dem Bimbo, ey? Die Eraser ist ja hier der Schlechteste aus unserem Clan, weil... Nein, Spaß. Und der Grace, ne, der legt sich immer auf, hier so wie eine Kralle oder so. Was? Kannst du mucken, ey. Nein, Spaß. So, Leute, dann verabschiede ich mich mal. Immer schön weiter abonnieren und... Tschüss und guckt euch noch den letzten Kill an. ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.